Jo, Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, AP-Algenti, die Webcam-Shirt, Stav, hallo, okay, und das ist die erste Folge vom Kuhn-PVP, es geht in 30 Sekunden los, äh, macht noch, dass wir abbauen können, Leon, ne? Ja, mach ich. Jo, mein, sollen wir auch ein herzliches Willkommen. Ne, mach jetzt, mach lieber jetzt, mach jetzt. Wir können uns nicht bewegen, wir sind gefreezed. Jo, ich bin richtig aufgeregt. Ich begrüße auch meine Zuschauer. Ja, herzlich willkommen, auch meine noch. Es geht los, endlich. Komm, wir rennen nach hinten, genau gerade nach hinten, rennen wir hinterher. Jo. Jo. Ja, perfekt. Ja. Komm hinter mir, bist du hinter mir? Jo, bin ich. Gut. Schleck. Schleck ist aber Schnee. Schleck ist aber Schnee. Schleck ist aber richtig, aber egal. Es ist halt klar, wenn alle in Richtung rein. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Okay, äh, Holz bauen. Aber wir haben drei Minuten Zeit. Mach Holz, ich mach Holz, ich mach Holz und mach eine Spitzacke und mach gleich Steinsachen. Okay. Das ist jetzt die ganze Schiefenzen, sehen wir, wie weit die anderen sind. Aber apothekisch schlägt's nicht. Ne, ne. Okay. Musst du schon mein erstes Steak essen? Oh, warte, ich bin ja richtig aufgeregt. Ich kriege gar nichts hin. Scheiße, 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 scheiße. Junge. Ich habe, ich habe ein Holz zu wenig. Warte, hier. Ich habe schon, ich habe schon abgebaut, ich habe schon abgebaut. Okay, ich brauche eine Spitzacke. Mach nicht, mach nicht, mach nicht. Ich mache schon eine Spitzacke. Ich habe ein Holzschwert, mache ich jetzt. Nein, mach kein Holzschwert, ich mache sofort ein Stahlschwert. Egal, jetzt mach, weil es leckt. Ja, ja, ich pack zurück. Sneak am besten. Nein, zwei. Boah, richtig aufgeregt, Leute. Uh, 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 uh. Was denn? Geh mal, geh mal schon mal drei. Ah, ist er ehrlich, der ist hier mal das gut. Ja, Leon, das war Leon. Leon, wir haben dich gerade gesehen, ne. Ist nicht gut. Geh mal, geh mal ein Stein. Da, zwei Steinschwerter. Ja, okay. Ich habe schon mal ein bisschen Verteidigung. Gut, ich brauche noch, ich brauche noch ein bisschen Stein. Dann mache ich noch zwei Spitzhacken kurz. Dann rennen welche. Wie viel Zeit haben wir noch? Steht das in dem Chat? Ja, ich schütze ja in drei Minuten. Locker viel Zeit. Gut, dann haben wir gleich noch zwei Minuten. Sneaken, ne? Ja, hier, Tom, nimmer. Was denn? Ich habe dir Stein gegeben. Mach mal, mach mal zwei Spitzhacken. Ja, mach ich. Mach noch, äh... Ich würde sagen, wir nehmen kurz unsere, ähm, Workbench mit runter. Nein, nein, wir gehen jetzt wieder hoch. Wir rennen jetzt weg. Achso. Ja. Bau hin. Gut, ich mache noch, ich mache noch, äh... Gib mir mal noch Sticks. Ich habe, ich, äh, ich muss Sticks machen. Ich mache jetzt zwei Äxte erstmal. Gut, zwei Äxte. Okay. Ja? Ja, wir können eigentlich chillen, also... Du, hast du noch eine Spitzhacke für mich? Achso, hast du nicht. Ich habe noch eine Stein-Spitzhacke. Alter, kann man damit schnell Holz abbauen, voll chillig. Hm. Und voll... Also, die ersten Folgen werden jetzt noch ein bisschen hektisch sein. Nee, ich glaube nur die... Ich bin ja schon wieder ganz chillt, das war jetzt nur der Start. Aber wir haben die Schutzzeit da rum. Wann ist die Schutzzeit rum? Helltime to Strike. Das ist doch Tier töten, oder? Nein, hier. Schwert. Hä? Hast du die Spitzhacke, ne? Gut, Tom. Ja. Nee. Ich habe ja meine Grafikanschäure noch auf Hands. Hm. Aber, ja, kein Wunder. Ja, egal. So, sieh'n nächstes Mal von noch viel verbessern. Ja, lol. Ja, weil wir dann ein Verschreiten aufnehmen werden. Ich muss noch kurz was an den Zuschauern sagen. Also, Achtung sind zwei, also dann sind Team. Oh, ja, stimmt. Lass weg, lass weg. Ja, okay. Ja, wären wir noch Zeit, also. Drei Minuten sind ganz schön viel. Oder waren wir gestartet? Keine Ah, das, nein. Oh, oh, perfekt, perfekt, perfekt. Nein, das sind die anderen. Oh, der ist das Schweine. Meine Töte, Töte alles. Ah, perfekt, das ist ein Schweine. Ich glaube, wir können ihn nicht töten, bei PvP ist noch aus. Das ist nicht das Problem in unserem. Das ist das Problem in unserem Plugin. Darum haben wir... Aber ich hab noch keinen Hunger bis jetzt. Also, am Anfang, aber jetzt gerade überhaupt nicht. Naja, deswegen haben wir neun Steaks, weil das Plugin PvP komplett ausgeschaltet hat. Und... Loll. Ähm. Lass dir mal ne kleine Base dann aufbauen, oder? Marc? Marc? Warte. Oh, Junge, ich dachte, du bist weg. Was machst du gerade? Marc? Wo bist du? Da. Marc? Ja? Was machst du denn? Junge. Da sehe ich noch einen durch den Bug. Oh Gott, das ist... Alter. Marco, ist das ein Riesenfeld, Alter. Ja, 500 Blöcke sind ganz schön viel. Ich glaube, 300, 400. Ne, das wäre doch zu klein gewesen. Oh. Ah. Ja, gut. Okay, jetzt schützen wir, müssen wir nicht weiter. Lass hier bleiben, lass hier. Lass hier bleiben, genau. Okay, guck mal, zwei Minuten Schutzzeit. Alter, zwei Minuten? Warte. Ja, ich hab doch gesagt, wir haben alle Zeit der Welt. Komm, Tom, wir bauen eine Zeit hier runter. Bis hinter mir? Äh, warte, aber wir brauchen uns in die andere Richtung. Nein. Warum? Wir bauen jetzt nach links hier. Bau hinter mir zu. Nach dort, oder wie? Ja, wir bauen jetzt nach links. Bau hinter mir zu, hier ist Erde. Ja, okay, mach, mach ich. Sneaken. Weil ich sneak die ganze Zeit. Dann sehen wir aber nichts noch. Wie, ey, ich sehe alles noch. Hier ist Kohle. Kohle, nice. Ja, oder ich geh, mag ich geh nochmal hoch und holz. Ja, 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 wohl ganz viel hoch. Ich hab noch Holz im Momentar. Ja, aber ich hab auch, ich hab vier Holzbalken, das recht aber nicht wirklich lange. Alter, wie viel, wie, Junge. Was ist ein Aquare Hardware? Was ist ein Aquare Hardware da? 11, 12, 13, 14. Für die Maustraufels kannst du sehen, was es ist. Ja, geil. Ja, äh, falls sich die Leute jetzt zu schalten. Alter, 18 Kohle, Tom. Nice, ja, geil. So, ich hab acht Fackeln schon. Also nur so. Äh, geil, da ist die Schutzhälfte. Hä, die Schutzhälfte, aber... Ja, Mann. Alter. Wie viel Lack, Alter. So. Ja, Leon, das kann ich sogar besser, hab ich das Gefühl. Ja, weil jetzt alle nicht mehr rumlaufen. Selb ist ja klar, wenn... Ich mein, Alter, wir können zwei Eisenschädter machen. Ja, Mann. Ich hab' fünf. Ah, da fällt noch. Wo bist du? Du hast dich runterge... Ich darf nicht runterspielen. Ja, wegen der ganzen... Achso, ja, hier, guck mal. Lass mal kurz Base einrichten. Geil. Sechs Eisen, Alter. Ja, Mann. Lass... Ah, wir bräuchten noch eins mehr eigentlich. Wieso? Für den Helm. Für die Spitzhacke und, äh, Freischwerter. Lass, lass erstmal, äh... Äh, Dings? Sneak, 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 ne? Hast du ne, äh, Workbench? Na, ich hab sogar zwei. So, ich mach mal eine Kiste noch. Herr Schremer, 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 äh, Kisten mit namens... Schild nicht öffnen. Oh mein Gott, ich hab... Aber nur eine Doppelkiste. So. Ich muss mal ganz ganz zack halten. Ich muss mal gerne eine Spitzhacke machen, weißt du? Ja. Du das Schwert bekommst. So, ich stell mir noch die Truhe hin. Alter. Ähm, Tom, die Ersten werden gleich rausfliegen. Wieso? Weil hier vier Typen auf ein, äh, so auf einem Fläger... wegstehen und, äh, warten, dass die Schutzzeit seit... Fünf Leute sogar. Hä, wenn die sich, wenn die sich bekämpfen, ist okay. Ja. Das will ich ja grad rüber. Achso, ich dachte das rausfliegen. Ich dachte, falls jetzt Team, aber dass sie sich kümmern, ist ja okay. Ja, ne, ich beobachte die halt nur, weil die schon von Anfang an alle zusammen rumlaufen. Ja, sonst, sonst, äh, kickt die einfach mit Grundteam. Das wäre megaassig, wenn die das machen. Ich meine, Bann. Äh, weil Team kommen nicht rein. Ja. Und wer dann rumheult, ich hab ne Aufnahme. Also, auch egal. Voll eigentlich, brauch ich mich auch nicht beweisen vor denen. Oh, du bist ja hinter mir, seh ich grad. War mal noch mit der Holzspitzhacke, damit die weg ist, weil die zieht nur... Also, ich hab' noch einen Steinspitzhacke holen. Du, ich hab' eine, ich hab' eine, ich hab' eine hier, hab' ich runtergedrottet. Bei meines ist nur noch zur Hälfte. So, gib' mal noch fackeln, kurz. Meine ganze Kohle ist oben. So, ich hab' eine ganze Kohle ist oben. So, ich hab' eine ganze Kohle ist oben. Ja, oben ist noch mal zurück. Brauch' ich nicht wirklich, ich seh' alles. Ja, aber, äh... Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Oh Mann, je. Hier ist überall Gravel. Ich baue immer noch ein bisschen. Brauch' mich mal nach links, ich baue. Welche Höhe sind wir denn? Das sagen? Ich weiß nicht, ich will nicht Koordinaten zeigen. Ne, ich, 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 äh... So, also, wir haben über einen halben, äh, ein und halben Stickholz ungefähr. Ich werde da irgendwas drauf, äh, drüber schneiden, okay? Jo. Über FPS und Koordinaten. So. Höhe sind wir denn? Mark. Mark. Alte, wir sind auf taus-, äh, auf Höhe tausendvierhundert. Wieso leftete der? Ach, der hatte vorhin schon'n Crash. Ah. Das war aber ein flotter Crash. Mark, hinter dir. Irgendwie kommen mir die Minuten extrem lang vor. Ach, hast du, ach, hast du jetzt Schwerter gehabt, zwei? Ja, die Minuten stimmen nicht. Ja, ich hab zwei Schwerter. Die Minuten passen nicht, da, äh, sind die Ticks, glaub ich, falsch eingestellt. Definitiv. Ah, nicht, dass wir jetzt ein halbes Stunde aufnehmen, weißt du, weil nach einer Viertelstunde wird man ja gekickt, wenn dann... Ich weiß, das stimmt, dann könnte das auch falsch sein. Ach, keine Ahnung. Einfach eine Stunde aufnehmen. Ich hoffe nicht. Oder ich muss mal kurz auf das hier... Darf man speeden? Wenn man jetzt meint? Wie speeden? Naja, wenn man das zum Beispiel meint, also einfach schneller machen, eine Aufnahme. Äh, nein. Also komplett durchlaufen lassen? Ja. Okay. Äh. Alter, wir sind auf Höhe 1400. Ah. Oh. Ey. Hä? Bei mir wird 1400 angezeigt, ich bin bei Bedrock, ne? Wie? Bei Bedrock unten. Oh, lel. Ich mach auch mal kurz den Arten. Hä, was? Höher? Bei mir steht Höhe 1432 und hier ist Bedrock. Hä? Hä? Noll, guck mal, der erst ist raus. Komm, die Schutzzeit lief jetzt 10 Minuten. Gut, dann, äh, mach mal den... Lol. Guck mal. Die killen sich. Die killen sich, ja. Muss sein bei Yamin Crafter. Äh, dann... Ease, schreibt er. Ease, oh, Lappen. Dann mach mal den Server einfach in 5 Minuten aus. Kurz, okay? Ja. Dann schreib ich das, Lukas, dass der das fixt. Oder die werden natürlich automatisch gekickt, dann musst du einfach mal gucken. Es kann nur sein, dass die Schutzzeit einfach falsch eingestellt ist. Das ist ja das Problem, das, äh, Plugin ist halt doch in der Alpha, ne? Jo. Das sind ja noch ein paar Bugs. Musst du 1444, dann bin ich... Ja, circa 4 Minuten habt ihr noch. Zum Spielen? Ja. Werden wir dann gekickt? Steht das irgendwo? Weiß es nicht. Oh, Getting Upgrade, das heißt, der hat auch schon Eisen. Ja, mhm... Ich baue mir mal... Ich renne jetzt hier 5 Minuten runter, richtig unproduktiv. Ich baue mir noch eine Steinspitze Hacker. Ja, meine ist zu hell. Mach meine mit. Entschuldigung. Ich nehme gleich 14 Minuten auf, aber wir haben ja noch ein bisschen was davor gemacht. Vorbei die Aufnahme angefangen haben. Aber theoretisch sollten wir dann gleich gekickt werden. Ach, ich will ja Eisen machen. So. Junge, ich baue jetzt die Treppe richten. Äh, man kann ja nur eine Folge pro Tag aufnehmen, ne? Hm. Gut. Wollen wir jeden Tag? Nur so jetzt. Äh... Ja, morgenswicht nicht. Ich kann halt aber nicht hochladen. Kimle Left a Game, warum? Ah. Äh, ich kann halt nicht hochladen. Ich kann halt nicht hochladen, hm. Hölle! Perfekt! Geil. Höhle, komm her. Du siehst meinen Namen, ne? Mhm. Ganz wie ein Fackel und eine Steinspilzacke noch mit. Ich hab keine Fackel. Am besten alles. Bring einfach alles mit, was wir haben. Nee, ich geh, ich hab, äh... Eisen! Ja. Okay, nice. Oh mein Gott! Zombie! Mach keinen Scheiß, ne? Alter! Alter, mach das nicht mehr. Pass auf, Alter! Wo bist du? Du bist hier noch nicht zu mir. Alter, lag der. Der hat richtig rumgepackt. Alter, der hat mit seiner Herzensschade. Gut, fünf Eisen bis jetzt? Ja, fünf Eisen. Geil. Oh mein Gott, ein Skelett! Lell! Was? Ich bin wieder oben. Du wurdest da hochgepackt durch die Wand, ne? Ja. Wo bin ich jetzt? Wie komm ich jetzt zu uns? Ah, da hinten sind wir. Achtung, Marc, nicht gegen die Wand. Hey, das ist voll der Bug gewesen. Das liegt dabei am... ...Dings-Plugin. Das wird Bordop-Plugin ist verpackt, glaub ich. Gut, ich hab... Ich hab zwei... Ich glaub, hier geht's runter, oder? Loll, Marc, komm mal hoch und sag mir mal deine Koordinaten, bitte. Ja, gleich. Ich bau das ganze Eisen gerade ab. Marc, bitte. Hä, warum? Du kennst doch diese kleine Ecke da. Ah, hier. Oh. Okay, ich wurde nicht zurückgebacken. Nein, da ist ganz viel Eisen am Boden. Ah, du bist auch oben? Nein, ich wurde nicht zurückgebacken. Also nicht hochgebacken, so meinst du. Ach so, gut, dann ist das nur eins und so. Ja gut, die Höhle ist jetzt zu Ende, ne? Jo. Irgendwie, ich glaub, wir müssen das an einen anderen Platz... Verdammt, ich find grad nicht zurück. Ja, warte, ich komm runter. Ach da. Und ich habe neun Eisen. Leon? Ja. Äh. Das Plugin sagt man nicht, wenn wir gekickt werden, ne? In einer Minute solltet ihr raus, äh, solltet ihr gekickt werden, wenn's läuft. Okay. Du stoppst mit, ne? Ja, ich hab hier die Zeit vom Lockedest. Ach so. Ich hoffe, es klappt, sonst muss ich den Server einfach runterfahren. Dann schreibst du's als Server einfach in den Chat. Jo. Denken hier. Heck, ne? Komm, eigentlich müssen wir an die Decke. Oh, warte, wir lassen jetzt erstmal hier, äh, hier, kurz. Lass mal hier bleiben. Oh, du hast schon ordentlich Holz gesammelt, das? Hm. Kann noch mal schnell rausgehen. Wegen, wegen Essen. Lol. Was? Guck mal in den Chat. Nein! Junge, Alter. Weiße. Junge, wie viel lag der? Nein! Können wir uns eigentlich schlagen? Oh, sorry, war mit dem Steak. Oh, es ist Nacht, wir gehen gleich wieder runter, ne? Nee, es wird gerade zack, es war doch die ganze Zeit Nacht. Haben doch alle Monster Hunter hier bekommen. Ich glaube, ziemlich viele sind noch oben. So. Alter, der war in der ersten Folge Diamanten, was denn, Lacka? Richtig nice. Weißt du, wenn das irgendwie zwei, drei Stück sind, haben die schon wieder. Ja, natürlich wären das zwei, drei Stück. Hast du schon mal einen einzelnen Diamant gesehen? Oh. Ja, wird gerade noch. Warte jetzt. Brauchen wir eigentlich essen. Wollen wir weitergehen? Hm, nee, lass ich mich noch bleiben. Es wird Nacht, oder? Ja, es wird Nacht. Ihr müsst jetzt eh gleich runter, ne? Wie lange noch? Ja, Tom, lass noch mal zurückgehen. Wo zieh mich jetzt? Ja, gut, dann ist das Plagin noch falsch angestellt. Dann schließt, schreibt Server und schließt. Okay, warte, warte. Mark, jetzt komm rein. Mark, jetzt komm. Sprinte. Ich packe immer zurück. Ah, ja, ich seh's. Ich darf nicht sprinten. Ja. Er wird ja nur gekickt. Komm rein. Komm, wir werden jetzt gekickt. Okay. So, das war die erste Folge. Ja. Ich hoffe, die war richtig chaotisch, Alter. Ja, dann wird in den nächsten Tagen die nächste Folge kommen. Ich hoffe, dir hat euch gefallen bis jetzt. Oh, er hat einfach Diamanten. Aber wir hatten auch nicht so den schlechten Start. Wir gucken, dass wir das Plugin fixen. Und ob ich sagen, wir sind es dann in der nächsten Folge hoffentlich. Oder im nächsten Video. Guckt auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Da ist Mark verlinkt. Und ja, dann bin ich in meine Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.